Das war so klar, ne? Kommt da noch was? Ne, ne? Man darf nicht gegen das Licht filmen. Also gut, müssen wir uns woanders hinsetzen. Das kriegen wir hin. Machen wir es uns gemütlich. Ich drehe den ganzen Laden jetzt um. Ja, machen wir uns den Platz. So, besser, oder? So, Leute. Auf das, was ich euch jetzt zeige, warte ich seit einem Jahr. Ja, denn, auch wenn viele meinen, ich hätte Geld mit, ich würde als DJs Geld so reinschaufeln, ist es nicht ganz so. Denn DJ zu sein ist ja ein reines, das scheiß Exem juckt mich. Man darf nicht kratzen. DJ zu sein ist ein reines Saisongeschäft. Zumindest bei mir als Hochzeits-DJ, als Mainstream-Hochzeits-Geburtstags-DJ. Es ist ein reines Saisongeschäft. Das heißt, ich muss im Sommer zurücklegen für den Winter. Und das, was ich euch jetzt zeige, das habe ich hier... Darauf habe ich ein Jahr gespart. Auf dieses Ding hier habe ich ein... Ja, das ist richtig schwer. Wow. Auf das habe ich ein Jahr gespart. Und deswegen mache ich das jetzt mit euch gemeinsam auf. Ich habe es tatsächlich noch nicht aufgemacht. Weil ich wollte euch daran teilhaben lassen. Ich muss mir... Damit ihr die Tränen in meinen Augen seht, muss ich mir die Mütze umdrehen. Warte mal. Damit ihr gleich seht, dass mir hier... Hier... Eine... Ah, ich habe voll dieses Auge. Gucke mal, ey. Alter, ich werde so alt, ne. Oh Gott, ich werde alt. Dass mir da gleich eine Träne runterläuft. Ein Jahr habe ich gespart auf das Ding. Gekostet hat es mich... Jetzt habe ich es bestellt, weil es jetzt ein bisschen runtergesetzt war. Am Anfang, wo ich es aufgeschrieben hatte, dass ich das haben will. Ich bin so doof. Ist gar nicht das, was ich wollte. Ihr müsst also noch ein bisschen gedulden. Das ist gar nicht das, was ich wollte. Ich habe jetzt diesen... Das Dings da mit Thomann verwechselt. Ich habe nämlich was bei Thomann bestellt, auf was ich schon die ganze Zeit warte. Da steht aber nicht Thomann drauf. Da steht Amazon drauf. Das ist einfach nur ein publiges 10 Meter HDMI-Kabel. Und die Deckenhalterung für meinen Beamer. Naja, ist auch gut. Aber nicht das, worauf ich... Also eine Träne habe ich jetzt nicht im Gesicht. Außer, weil ich immer noch warten muss, weil es noch nicht gekommen ist. Ich habe es schon vor sieben Tagen bestellt. Thomann! Ist doch mal nicht so langsam. Also gut. Ich habe noch nicht verraten, was ich mir bestellt habe, worauf ich ein Jahr gespart habe. Ich habe es ja noch nicht verraten. Kommt also das Video noch. Ne?